Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Lea. Ja, ich hab immer noch keine Ahnung, was ich hier mache, was ich hier machen soll. Ich finde einfach keinen... Hä? Ah! Hey, warte. Hm, ich finde einfach keinen verkackten Menschen. Heck. The right stick, the left stick to adjust the waveform. Press the cross button or R2 to confirm. Ähm. Ich bin mir gerade nicht sicher. Alles klar. Vielleicht sollte ich einfach mal lesen. Ja. Ich sollte lesen. Das müssen wir wahrscheinlich machen, ne? Boah, ich hasse sowas. Ich hab auch schon diese... Was ist das? Uh! Diese Heckdinger in Bioshock 1. Ich hab das so gehasst, ne? Hier war doch gerade auch irgendwas für... Heck. Heck. Ich bin mir nicht sicher. Kann das passen? Nein, das passt... Scheiße, ey, das passt nicht. Nein! Sehr geehrte Damen und Herren. Es könnte sich... Ein wenig... Verzögern. Hallo? Na... Na... Warum will es nicht? Komm schon. Ey. Der Stick reagiert. Warum stehe ich hier? Der Stick reagiert nicht, alter. Meine Fresse, ey. Mann, scheiß. Entschuldigung. Ah, nee. Da immer noch nicht. War da nicht gerade noch irgendwas? Mal zurück. Warte mal. Warum? Da war doch noch irgendwas. Also. Ja, ihr mich auch anscheinend nicht. Ah, nein, ey. Will ich hier vielleicht klingeln? Kann ich nicht. Gute Frage. Nächste Frage. So, ich bin jetzt mal kurz runtergerannt. Runtergefahren, auch mit dem Fahrstuhl. Wir haben hier noch ein Heißt Living Quarter nicht Wohnraum? Oh Gott, sag bloß, die wohnen in diesem Wer bist du? Yun-Suk Rain Park. Alles klar. Dich suche ich nicht. Aber ich labere dich trotzdem mal an. Nächste Frage mit dem Kapitän. Aber nächste Mal bitte nicht auf meinem Behauptung. Okay? Ah. Okay. Was ist das denn? Warum blinken? Okay. Naja. Äh. Frische Gewische. Warum? Wir haben hier auch noch unser Zimmer. Oh, cool. Kann man hier? Na, schade. Was war das denn? Achso. Äh. Gut. Alter. Was ist das denn? Ah. Dear Dr. Jones, let me start by stating that. Verdammt. Das haben wir, glaube ich, schon gelesen. Das war diese Beschwerde, ne? The reality is that we're not searching for anything except people. Humans don't need other worlds. We need mirrors. Was haben wir hier? Nix und da. Ja. Gut. Öh. Ja. Nix. Aha. Vermohnt mit Liebe. Alles klar. Oder mit Liebe vom Mond. Und kurz hinsetzen hier, mal Päuschen machen, ne? Uh. Das war anstrengend. Achso, achso, hier habe ich mich direkt hingelegt, ne? Also. Ja. Fertig, Pause. Fertig, Pause, ja, läuft. Jetzt habe ich echt gedacht, ich finde hier was. Abgeschlossen. 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 Das gibt's auch gar nicht. Was ist das denn? Auch abgeschlossen. Ey. Ja, stopp, Saga. Was haben wir hier? Das ist wieder die Krankenstation, ne? Ey. Finde ich nicht okay. Ich fühle mich gerade ein bisschen dumm. Bin wahrscheinlich schon drei, vier Mal dran vorbeigelaufen. Boah, mach doch auf, du Affe. Gibt's nicht, ey. Das gibt's nicht. Arschloch. So, hier waren wir eben schon mal, ne? Oder? Oder? Oder auch nicht. Den suchen wir trotzdem nicht. Ja? Du meinst, nach unserem kleinen Chat mit dem Kapitän, was du sagst, es ist nicht möglich, dass die Feuerwehr einfach nur auf sich selbst verhören würde. Alles Arschloch, ey. Gibt es nicht. Unglaublich. Tschüss. Tschüss. So, Alice Mitter und Philip Lowingen haben access to the server core with their wristcoms. Use the access to the mainframe in the server core and use its link board to copy Kazumi. Ja, so weit, so gut. Find a memory expansion for your wristcom in the engineering core. Äh. Unglaublich. Muss ich nochmal in den Aufzug. Ja, wir müssen doch theoretisch nur mit einem von den beiden reden. Er hat auch eben gesagt, wir müssen unsere Überzeugungskünste einsetzen. Also so in der Art. Fahrstuhl? Fahrstuhl. Ich verstehe es nicht. Dann nochmal da hin. Ah. Welch ein sinnloses hin und her gelaufen. Das ist ein Schwachsinn, ey. Tü, 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 tü. Hallo? So, wollen wir nochmal gucken. Hier haben wir Reaktor-Kern. So weit, so gut. Was ist denn, wenn wir das nochmal anmachen? So weit, so gut. Was macht das? Äh. Wir können hier nicht anders agieren, ne? Wir können nur auf den kompletten Tisch drücken. Ja, gut. Ich lasse das einfach mal offen. Vielleicht bringt das ja was. Was ich nicht glaube, aber hey. Sonst keine andere... Chance. Engineering Corps. Boah. Wollen wir hier nochmal durchgucken, wa? Memory Expansion. Einfach mal alles anmachen. Was auch immer das ist. Druf drücken ist die Devise. Oh. Meins. Da war noch grad noch... Ha. Loser. Loser. Das hab ich doch jetzt... War das jetzt die Memory Erweiterung? Die Speicher Erweiterung? Gott. Wohnst du hier oder was ist mit dir kaputt? Ähm. Ja. Gut. Jetzt haben wir trotzdem das Problem. Wir kommen nicht da rein. Da. Äh, da. Server Core. Kommen wir nicht rein, ja? Nicht. Jetzt ist natürlich nur noch die Frage... Warum nicht? Hier ist wieder der Fahrstuhl. Oh. Nein. Ähm. Warte mal. Mit wem war ich denn eben oben? Könnte das vielleicht... Die gesuchte Person sein? Ich weiß nicht mehr, wie sie hieß. Ja, da lasse ich mich doch überraschen. so sieht es immer noch da nein sagt doch ja von wo muss ich den wirklich oben gibt es keine kaffeemaschine ach gott endlich living was war das jetzt wieder betäubungsmittel oder sowas nach schlafmittel schätze ich mal schätze können ich kann es mir noch nicht merken es tut mir leid aber ich glaube unser zimmer war einfach den gang durch ganz unten also hier rechts und dann den gang durch und er ist nicht keiner das sieht aus wie mein zimmer wo haben wir denn noch etwas von dieser dubiosen medizin wahrscheinlich im badezimmer ach nee da da ja nein gibt es hier keine dusche das hatten wir ja schon alles alles klar kaffeemaschine wie kann ich denn wenn ich damit das geht nicht dann würde ich sagen fitnessroom wo war denn das gym war das nicht war das nicht auf der das war glaube ich hier irgendwo ne hier ist das arsch der arsch entschuldigung so küche hallo macht's gut jungs tschüssi kofsky fahrstuhl fahrstuhl ja ich werde immer besser merkst du ne so komm schon mach doch was ich will verdammt da 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 hier fehlt so ein bisschen aufzugmusik ne mal gucken ob wir da nicht so ein bisschen musik reinschneiden aber ich glaube das ist mir ein bisschen zu viel arbeit sind wir gleich da sind wir gleich da sind wir gleich da wie lange ach wir sind schon da bitteschön gerade ist schon aus wie sonne naja jetzt soll ich wieder in mein quartier ist wirklich sinnloses rumgerenne unglaublich unglaublich ich habe es mir immer noch nicht gemerkt rechts franz ist kofsky dass du bist dein du bist du bist mein Willst du den Messag an Ihren Ristcom? Nein, danke. Ich werde es in meinem Moment hören. Die Rückkehr ist nun auf Nachtmode. Have einen guten Rist, alle. Spiel den Messag, Kaz. Hallo, Mutter. Sie sollten sich fragen, warum ich noch nicht mit Ihnen gesprochen habe. Ich weiß, dass es mir nicht gut macht. Ich weiß, was du getan hast. Ich weiß, was du getan hast. Ich weiß, was du getan hast. Ich weiß, was du. Wer hat mich verletzt, dass sie mich aus der Rückkehr verletzten. Ich bin froh, dass du dir gedacht hast, dass ich irgendwann nicht herausfinden würde. Oder vielleicht hast du nicht gehalten. Was ist mir egal, wenn ich herausfinden, wenn es zu spät. Ich weiß, was du getan hast. Ich weiß, was du getan hast. Aber es macht mich weniger Angst. Ich dachte, nach dem Tod, dass du besser kennenzulernen würdest. Ich glaube, dass du besser kennenzulernen würdest. Ich glaube, dass du dich liebst. Ich weiß, dass du nur einen Platz hast. Ich habe ihn zu sehen. Ich habe ihn zu sehen. Er hat sich jetzt, dass sie ihnen ihnen lernen. Er hat mich überrascht. Er hat mich fast für einen Sekunden. Aber dann habe ich die normalen Flank. Und... Ja. Ich glaube, dass du noch nicht in der Rückkehr hast. Ich dachte, dass der Miroshevich war ein wirklicher Kapitän. Ich hätte einen kosmischen Fuss gemacht, wenn ich dich wäre. Ich würde nicht sagen, wie es das bedeutet, dass es besser ist, wenn ich nicht da bin. Okay? Ich kann dich total hören, wie du es sagen kannst. Bitte, nicht aufhören. Ich kann mich zurück, Mom. Entweder eines der Toys und ich mich immer noch liebe dich. Francis, aus. Was steckt dahinter? Äh... Ja. Was steckt dahinter? Lucien, nein. Er ist dein Bruder. Ah. Lucien. Ich würde mich einfach nachher sehen. Ich würde mich nicht nachher hören. Ich würde mich jetzt nicht nachher hören, dass der Frau fertig wäre. Wie wird er weiter machen, ist die Frau bedarf? Ich würde mich nicht nachher geben. Ich werde mich nicht nachher freuen. Ich würde mich nicht nachher sagen. Ich würde mich um den kilometern. Ich würde mich nicht nachher freuen. Ich würde jetzt gerne rennen. Laufen. Nein. Nichts. Gut. Dann nicht. Wollen wir mal gucken, ob unser kleiner Medikamenten-Cocktail der Alice gut getan hat. Warum können wir nicht lau... Ich glaube, alle haben zu arbeiten. Aber ich. Nicht gut. Geht der jetzt hoch? Oh, die beiden sind auch weg. Hey, warum? Der kann doch nicht so lange in dem Fahrstuhl sein. Ach. Licht auf. Hä? Die beiden sind doch gar nicht mehr da. Hier ist auch keiner. Hm. Darf ich jetzt Fahrstuhl fahren? Darf ich immer noch nicht. Ja, gut. Darf ich da rein? Nein. Gut. Geh ich jetzt an. Gehört das rote Licht zum Nachtmodus? Planetary Lab. Ach so. Ach so. Ach hier. Okay, hier waren wir auch schon. Hier haben wir nichts. So, geschlossen, ne? Ja. Physiklabor. Hm. Da sitzt noch einer. Gibt's nicht. Hm, hm, hm. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. auch gott bin ich dumm eventuell habe ich kurz vergessen die fahrstühle funktionieren mal gucken ob sie noch da ist oder auf drogen weggerobt ist ich lasse mich gerne überraschen hallo ich würde gerne hier raus da nämlich nämlich so auf geht's sind wir schon los sind wir gut draußen stürmt heute kommt doch der sturm der sturm sabine hier bin ich falsch irgendwas passiert doch jetzt irgendwas ist doch hier jetzt nicht in ordnung da wollte ich nicht hin wo ist denn das hier war das der server und darf ich darf ich nicht darf ich hallo alles winter hallo please use your poke to unlock the main computer terminal nicht schon wieder forgive me i thought you knew how this works perhaps you can take a look in network support oh gott was ich glaube mein schwein pfeift mein schwein 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 network support alles klar kriegen wir hin so ungefähr weiß ich noch wo das war bin ich eigentlich der einzige der diesen fahrstuhl benutzt ich glaube die letzte folge ist ein bisschen kürzer geworden ich habe einen termin vergessen musste schnellstmöglich noch versuchen den wahrzunehmen naja ist ja nicht ganz so tragisch ne äh network support der ist ja jetzt nicht mehr hier schicker gut ach komm schon ach komm schon kürzer es ist der lese die friends for the main frame you should enter in a correct order äh gut das müsste ja dann irgendwo hier rumfliegen ne na guck mal hier kann man noch weiter ich bin aber auch ein schussel was war das nämlich berief oder so ich muss man sich so was merken weil dann schreibe ich das mal ganz kurz auf so einunddreißig fünf fünfzig slash vierundfünfzig neunsechzig achtundneunzig fünfundsechzig slash dreizehn fünfundvierzig so ach so das muss ich mitnehmen oh schick und jetzt schnell raus hier inspekt den poké ja und jetzt habe ich mir aufgeschrieben cool shit habe ich doch also oder kann ich hier noch irgendwas machen ne ne da war gerade noch hä wirklich ja sorry mehr kann ich nicht machen so oh ich sehe gerade wir werden in der nächsten folge einmal weiterschauen bis dahin gilt explore the galaxy und ich hoffe ihr seid auch dann wieder mit dabei beim exploren von the galaxy bis dahin macht's gut leute ciao ciao